Grigori Flashtos war ein amerikanischer Philosoph. Seine Arbeit erstreckte sich auf die Philosophie der Antike, speziell zu Platon und Aristoteles' Leben. Als Sohn einer Schottin und eines Griechen besuchte er das amerikanische Robert College in Istanbul und studierte anschließend am Chicago Theological Seminary Theologie. 1931 promovierte er in Harvard bei Alfred North Whitehead über Gott als metaphysisches Konzept. Nachdem er mehrere Jahre an der Queen's University in Kingston, Ontario unterrichtet hatte, ging er im Jahr 1948 an die Cornell University. Flashtos starb 1991, bevor er eine neue Sammlung von Aufsätzen zur Philosophie des Sokrates abschließen konnte. Werk Flashtos beförderte wesentlich das wiedererwachende Interesse der amerikanischen philosophischen Welt an Platon. Zusammen mit John Lloyd Eccle und G. E. L. Ohn. Insbesondere seine Interpretation von Sokrates als eines von positiven Überzeugungen geleiteten Denkers in Socrates. Ironist und Moralphilosopher gilt als bahnbrechend. Als kongregationalistischer Christ befasste er sich vor allem in den 30er Jahren mit christlich-sozialistischen Alternativen zum kapitalistischen Gesellschaftsmodell, äußerte sich aber nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr öffentlich zu diesem Thema. Zahlreiche Schüler von Flashtos sind inzwischen selbst bedeutende Gelehrte auf dem Gebiet der antiken Philosophie, wie Edward de Encervin, Richard Kraut, Franka, Louis Paul, Woodruff und Alexander Nehamers. Ehrungen Im Jahr 1990 erhielt Flashtos ein Stipendium der MacArthur Foundation. Zweimal wurde ihm eine Guggenheim Fellowship verliehen, außerdem war er seit 1967 Mitglied der American Academy of Arts and Sciences, korrespondierendes Mitglied der British Academy und Mitglied der American Philosophical Society, Schriften. Steady's in Greek Philosophy Vol. E Steady's in Greek Philosophy Vol. 2 Platos Universe Parmenides Publishing 2005 ISBN 1-930972-13X Herausgeberschaften Toward The Christian Revolution With R. B. Y. Scott, Willett, Clark & M. Company 1936 Plato A Collection of Critical Essays Philosophy of Socrates 1 2 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 9 9 10 15